Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es heute um die Frage, wie sollen wir mit Sokrates unser Leben an der Wahrheit ausrichten? Wahrheitsorientierung zielt bei Sokrates auf Lebenspraxis. Die Antwort kommt wie immer in mehreren Schritten und der erste Schritt teilt sich noch einmal auf. Auf den ethischen Fortschritt achten und nicht nur nach äußeren Erfolgen streben. Jetzt geht es erstmal um das eigene Leben. Der Hintergrund ist folgender. Betrachten wir unser lebenslanges Lernen in Schule, in Hochschule, in Fort- und Weiterbildungen oder auch im privaten Coaching. Bei all dem geht es praktisch nie um unseren ethischen Fortschritt, aber um den geht es Sokrates. Sondern wir wollen uns selbst voranbringen, wollen Karriere machen, bis wir vielleicht mitten im beruflichen Erfolg das sogenannte Hamsterrad in Frage stellen. Was ist eigentlich das Gute, fragen wir dann. Woran soll ich mich ausrichten? Und da sind wir auf Sokrates Spuren. Der französische Philosoph Pierre Hadot schreibt, mit Sokrates soll es uns darum gehen, uns selbst in Frage zu stellen, weil man das Gefühl hat, nicht zu sein, was man sein müsste. Dies ist in Platon Symposion, also der Schrift, wo Sokrates auftaucht, die Definition des Philosophers, des Menschen, der die Weisheit liebt. Also Philein ist das Lieben und so, was ist hier die Weisheit. Und wie ist das zu verstehen? Ein Gott ist schon weise, sagt Sokrates, und ein dummer Mensch, ein unverständiger Mensch, der spürt gar keinen Mangel. Aber dazwischen liegen wir als Philosophinnen und Philosophen und wir begehren das Gute, wir begehren das Wahre. Und dazu überhaupt erst mal zu kommen, das ist Sokrates' Wunsch an uns. Er fordert uns dazu auf, in unserem Leben einen Mangel an Wahrheitsorientierung zu spüren und mehr zu begehren, was wahr und wichtig und gut ist. Jetzt kommt der zweite Unterschritt, da geht es um diesen ethischen Fortschritt im Leben des Anderen. Also nicht in meinem eigenen Leben, sondern im Leben der Anderen. Und wie wir alle wissen, Sokrates hat viel gesprochen mit Dialogpartnern. Er sagt, ich werde nicht aufhören, euch zu ermahnen. Zum Beispiel, sagt der beste Mann, schämst du dich nicht, für Geld zwar zu sorgen und für Ruhm und Ehre, also Einfluss, für Einsicht aber und Wahrheit und für deine Seele, dass ich aufs Beste befinde, sorgst du nicht. Du berichtigst dich zu wenig an der Wahrheit aus und zu sehr am äußeren Erfolg. Ich werde jeden, mit dem ich spreche, fragen und prüfen und ausforschen. Und wenn mich düngt, wenn ich glaube, er besitze keine Tugend, behaupte es aber, also ein Selbstwiderspruch, wenn ich auf den stoße, so werde ich es ihm verweisen, also ich werde es kritisieren, dass er das Wichtigste geringer achtet, das Schlechtere höher. Das Wichtigste ist der ethische Fortschritt und das nicht so Wichtige ist der materielle Erfolg und der Einfluss. Sokrates möchte, dass seine Gesprächspartner ihr Leben radikal untersuchen und hinterfragen. Nach welchen Werten leben sie jetzt? Wie können sie ihr Leben stärker an der Wahrheit ausrichten? Also wahrhaftiger Leben. Wie können sie für ethischen Fortschritt sorgen und nicht nur für äußeren Erfolg? Schließlich, auch noch dieser Aspekt, Pierre Adot schreibt, im sokratischen Dialog hat sie zur Diskussion stehende wahre Frage nicht das, worüber man spricht zum Gegenstand, also was ist Tugend oder was ist Mut und so weiter, sondern denjenigen, der spricht. Also der Gesprächspartner der Sokrates ist eigentlich der Gegenstand, über den gesprochen wird. Der Gesprächspartner wird sich der Widersprüche seiner Rede und seiner eigenen inneren Widersprüche bewusst, hoffentlich, wenn es denn so ist. Er zweifelt an sich selbst und das ist was Gutes, er stellt sich selbst in Frage. Das wahre Problem ist also nicht, etwas Bestimmtes zu wissen, zum Beispiel etwas zu lernen von Sokrates, sondern auf eine bestimmte Art zu sein, also sein Leben zu ändern. Sokrates möchte, dass seine Gesprächspartner nicht nur ihr Denken an der Wahrheit orientieren, indem sie lernen zu fragen, was ist das Gute, sondern ihr Leben, also die Art, wie sie leben, ihre Lebenspraxis. Wenn die Wahrheitsorientierung nur das Denken erreicht, dann ist sie noch nicht an ihrem Ziel, dann ist sie noch nicht vollständig. Schließlich der ethische Fortschritt im Leben aller. Ja, auch hier rum geht es Sokrates und da ist der Hintergrund, dass die Sophisten im alten Athen Rhetorikkurse anbieten, wovon auch immer ein Redner die Zuhörer überzeugen will. Hier lernt er die erforderlichen Redetechniken. Sokrates greift dies an und kritisiert das und erfordert eine Orientierung, eine Wahrheit und nicht am Eigennutz der Rednerin. In dem Dialog Gorgias sagt Sokrates, scheinen dir etwa, also im Gesprächspartner, scheinen dir etwa die Redner, also die Politiker, immer in Beziehung auf das Beste zu sprechen, dieses im Auge haben, dass die Bürger möglichst gebessert werden durch ihre Reden, oder gehen die Politiker nur darauf aus, sich den Bürgern gefällig zu machen und behandeln ihres eigenen Vorteils wegen, den gemeinsamen Vorteil aber vernachlässigend. Sie behandeln dann das versammelte Volk wie Kinder, indem sie ihm nur Vergnügen zu machen suchen. Ob es aber besser, also ob diese Menschen, die zuhören, besser werden oder schlechter, darum kümmern sie sich nicht. Und Sokrates sagt, es wäre etwas Schönes, Besserung zu bewirken für die Seelen der Bürger, wenn die Politiker sprechen. Sokrates fordert also, dass politische Reden und Handeln solle sich am Gemeinwohl orientieren und es solle auch den Zuhörern einen ethischen Fortschritt ermöglichen und nicht nur den Vorteilen, dem Eigennutz der Politiker nutzen. Soweit der Schritt 1. Und der Schritt 2 sagt jetzt, die Wahrheitsorientierung kommt nicht schon in unserem Denken an ihr Ziel, das hatten wir ja schon, sondern erst in unserem Sein oder Leben. Aber diesen Schritt muss tatsächlich jeder selbst für sich tun. Im Hintergrund steht hier das Problem, eben den Schritt vom richtigen Denken zum richtigen Leben kann uns niemand abnehmen. Wir sind verantwortlich dafür. Und wie dieser Schritt gelingen kann, das lernen wir besser durch ein Vorbild, nicht nur durch Bücher oder durch Sprechen und Denken. Der sophistische Philosoph Hippias wirft Sokrates vor, er treibe immer alle nur in die Aporie, also in die Ausweglosigkeit, sage aber nicht, was richtig sei. Darauf antwortet Sokrates, wie denn Hippias? Hast du nicht bemerkt, dass ich unablässig offenbare, was ich für gerecht halte, wenn ich es auch nicht mit Worten kundtue, dann doch durch mein Tun? Und das ist genau der Zusammenhang. Wir lernen besser am Vorbild eines gut handelnden Menschen als nur an seinen Worten. Der antiken Philosophie, so sagt Pierre Audeau, geht es hier um nicht weniger als eine Transformation des Ichs. Es geht ihr um einen Bruch mit dem täglichen Leben, mit den Gewohnheiten und den Konventionen des Alltags. Dies gelingt leichter, wenn wir einen lebendigen Menschen zum Vorbild haben. Die Take-home-Message Sokrates könnte uns Folgendes raten. Wenn ihr euch fragt, ob euer Leben das Richtige ist, achtet viel stärker auf den ethischen Fortschritt und nicht nur auf den äußeren Erfolg und die Selbstoptimierung, wie wir heute sagen würden. Fordert das auch von euren Freunden, Bekannten, von der Familie, von den anderen und handelt auch in der Öffentlichkeit so. Orientiert euch am Gemeinwohl und nicht am Eigennutz. Versucht die Menschen auf die Wahrheitsfrage zu stoßen. Und wenn das gegen unsere aller Bequemlichkeit sein mag. Und schließlich vergesst nicht, dass Wahrheitsorientierung nicht schon in einem besseren Denken oder Sprechen an ihr Ziel kommt, nicht in Lippenbekenntnissen, nicht schon in wahren Sätzen, sondern erst in einer wahrhaftigeren Lebenspraxis. Diesen Schritt müsst ihr selbst gehen. Niemand kann das für euch tun. So rät uns Sokrates. Wie sollen wir mit Sokrates unser Leben an der Wahrheit orientieren? Ich habe euch einige Antworten Sokrates präsentiert und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.